Sandra hat uns gefragt, wie kommt eigentlich der Alkohol ins Bier? Ich bin Timo, das ist eine Minute Bier. Wir schütten den Alkohol natürlich nicht einfach nur so in unser Bier rein, geht ja nicht. Das Ganze passiert beim Brauprozess. Jetzt schauen wir am Anfang aber erstmal auf unsere Rohstoffe. Wir haben zum einen Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. Wichtig hier sind eigentlich für den Moment mal nur Malz und Hefe. Hefe baut bei der alkoholischen Gärung, oder einfach nur mal kurz Gärung, Zucker zu Alkohol und Kohlensäure ab. Wo bekommen wir den Zucker her? Jetzt kommt das Malz ins Spiel, was ich vorhin erwähnt habe. Beim Brauprozess lösen unsere Brauer das Malz, die Stärke daraus und bilden Malzzucker. Der Malzzucker ist dann der Zucker, den unsere Hefe vergären kann. Ganz kurz also nochmal, die Hefe bildet den Alkohol. Je mehr Malz wir einsetzen, desto mehr Malzzucker bekommen wir. Je mehr Malzzucker, desto mehr Alkohol können wir bilden. Das war eine Minute Bier, ich bin Düsselhäuser.